19 Uhr 27 Fazit Was für ein Bild, nach 5 Stunden und 9 Minuten Spielzeit liegen sich der unterlegenen Stefanos Tsitsipas und Stan Wawrinka nach einem überragenden 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 8 in den Armen. Das Duell der Generationen hat absolut gehalten, was es im Vorfeld versprochen hat. Packende Ballwechsel, großen Einsatz und Nervenkürzel bis zum Schluss. Tsitsipas wird sich am Ende vorwerfen, dass er 8 Bregbälle in Satz 5 nicht nutzen konnte, während sein Kontrahent den zweiten überragend verwertete. In der Gesamtstatistik hat Tsitsipas sogar einen Punkt mehr, 195, als Wawrinka geholt, 194. Bärenstark war der Schweizer beim Aufschlag mit 16 Aßen, Tsitsipas hatte nur 3 bei 6 Doppelfehlern. Vom Griechen wird man sicherlich noch einiges hören, doch Wawrinka hat bewiesen, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Dennoch geht er auch aufgrund der deutlich längeren Gesamtspielzeit als Außenseiter in Schweizer Duell mit Roger Federer in zwei Tagen im Viertelfinale. Hopschwitz und bis bald aus Paris, 19 Uhr 23 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 8, Punkt und was für ein Finish. Tsitsipas schlägt die Vorhand-Cross aus der Rückhand-Ecke, Wawrinka scheint geschlagen. Doch er kommt gerade noch mit dem Slice per Rückhand heran, Tsitsipas lässt passieren, und die Filzkugel dreht sich auf die Linie. Nach kurzer Prüfung durch den Schiedsrichter steht fest, der fünfte Satz geht mit 8 zu 6 an Wawrinka und damit auch das Match. Wow, 19 Uhr 21 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 7. Der erste Matchball ist abgewehrt, Wawrinkas Return ist zu lang. Eine Chance bleibt, 19 Uhr 20 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 7, zwei Matchbälle für Stan Wawrinka. Er geht zunehmend auf die Vorhand von Stefanos Tsitsipas, dort schwächelt der junge Grieche. Der rüttelt sich mit Schlägen auf das eigene Gesicht wach, was für eine Phase jetzt, 19 Uhr 20 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 7. Jetzt liegt der Platz nur noch zu etwas einem Drittel in der Sonne. Wawrinka wittert die Chance und ist nach einem Netzschlag des Gegners nur noch zwei Punkte vom Sieg entfernt, 19 Uhr 17 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 7, Punkt und den nutzt er auch, wobei es einige Konfusion gibt. Nach Netzroller gibt es zwei neue Aufschläge, aber Tsitsipas will den Ball im Ausgesehen haben. Der Schiedsrichter überstimmt ihn und man merkt dem Griechen an, dass er sich stark zusammenreißen muss. Er darf sich nach seinen mehrfachen verbalen Ausrastern nichts mehr erlauben, sonst gibt es Punktabzug. Es steht 7 zu 6 für Wawrinka im fünften Satz, Aufschlag Tsitsipas folgt, 19 Uhr 14 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 6, doch auch zu später Stunde, zaubert Stundermann noch einen Stopp hervor. Tsitsipas kommt fast noch dran, kriegt die Kugel aber nicht mehr über das Netz. Spielball Wawrinka, 19 Uhr 13 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 6 im fünften Satz hat Wawrinka 15, unvollste Eras und damit 7 mehr als Tsitsipas 8. Doch das ist bei einer Spielzeit von nunmehr 5 Stunden absolut nachvollziehbar, 19 Uhr 11 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 6 zu 6 Wawrinka wirkt nun deutlich müder, da macht sich der Altersunterschied doch bemerkbar. Der Schweizer kommt kaum noch in die Ecken bzw. dort hinaus, was Tsitsipas durch platzierte Schläge gnadenlos ausnutzt. Schikori und Per müssen sich weiter gedulden, das Spiel zum 6 zu 6 geht an Tsitsipas, 19 Uhr 10 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 6, das ist jetzt ein Spiel auf Messers Schneide. Nach Führung unterläuft Tsitsipas ein Doppelfehler, 15 beide, 19 Uhr 7 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 6, da ist das Spiel zum 6 zu 5 für Wawrinka. Gefühlt hätte er hier ein Break kassieren müssen, aber so schnell kann sich das Blatt im Tennis wenden. Tsitsipas muss sich nun schnell sammeln und abermals gegen den Matchverlust servieren, 19 Uhr 6 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5, ein lauter Schrei von Wawrinka, Tsitsipas verzieht die Vorhand. Der Schweizer hat nun Spielball nach abgewährten Breakbällen, 19 Uhr 5 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5 Punkt. Und die Vorhand-Cross von Tsitsipas wird spät ausgegeben. Im Eiltempo kommt der Schiedsrichter und bestätigt die Angabe, Einstand. Mittlerweile ist ein Drittel des Platzes im Schatten, das ist durchaus unangenehm für die Spieler, 19 Uhr 5 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5, 0 von 5 Chancen, so ist die Breakbilanz des Griechen in Satz 5. Nun kommt Chance 8 nach Rückhandfehler des Schweizers, 19 Uhr 4 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5, aber der Grieche lässt die Chance erneut liegen. Da war mehr drin, aber die Vorhand-Cross landet im Aus. Einstand, 19 Uhr 3 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5, oha, Doppelfehler Wawrinka. Schlägt Tsitsipas jetzt zu. Der erste Aufschlag des Schweizers ist ihm abhandengekommen, 19 Uhr 3 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5, Wahnsinn, unglaublich. Wawrinka behält die Nerven und muss alles geben. Erst schießt er den Griechen den Ball auf den Körper, weil dieser das Feld gut zu macht. Danach schlägt er Cross mit der Vorhand und der Grieche wirft sich vergeblich hinterher. Was für ein Körpereinsatz, sein Outfit wird immer röter. Einstand, 19 Uhr 1 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5. War das ein Fehler zur falschen Zeit vom Schweizer? Er trifft die Rückhand Cross zu spät und verzieht sie. Breakball Tsitsipas, 18 Uhr 59 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5. Aber Stan antwortet mit einem starken Schlag per Vorhand, Lunglein aus der Rückhandecke. Da kommt Tsitsipas nicht mehr dran, 15 beide, 18 Uhr 58 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5. Eben beim Aufschlag des Griechen führte Wawrinka anfangs 0 Uhr 15, aber Tsitsipas drehte das Spiel. Nun für der Youngster, 18 Uhr 57 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 5 zu 5. Der 20-Jährige bleibt cool und tütet das Spiel zum 5 zu 5 mit einem Vorhandwinner auf die Linie ein. Es bleibt spannend, Wawrinka serviert, 18 Uhr 53 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 4 zu 5. Es hakt weiterhin beim Vorhandfoli des Griechen, innerhalb von wenigen Minuten hat er schon den zweiten verlegt. Wawrinka freut es, er hat zwei Spielbälle. Schon den ersten nutzt er per Servicewinner zum 5 zu 4. Jetzt ist Tsitsipas unter Druck, er serviert gegen den Matchverlust. Ansonsten geht es so lange weiter, bis einer zwei Spiele Vorsprung hat, 18 Uhr 50 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 4 zu 4. Der holt nach scharf im Aufschlag nach außen, den Wawrinka ins Aus befördert, den Ausgleich zum 4 zu 4. Es gibt neue Bälle, und da werden natürlich auch die Schläger gewechselt, 18 Uhr 49 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 3 zu 4. Es ist ein Match absolut auf Augenhöhe. Derzeit hat keiner wirklich die Nase vorne. Das zeigt auch die Anzahl an Punkten insgesamt, da steht es 174 zu 172 für den Griechen, 18 Uhr 46 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 3 zu 4. Es bleibt alles in der Reihe. Wawrinka holt sich das Spiel zu 15. Beim entscheidenden Punkt prüft der Schiedsrichter, ob die Rückhand von Tsitsipas wirklich im Aus war, was der Fall ist. Der Grieche ist wieder am Zug im möglicherweise wegweisenden Spiel von Satz 5, 18 Uhr 43 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 3 zu 3. Tsitsipas will Kräfte sparen, aber Wawrinka nimmt ihm durch harte Schläge an die Grundlinie zwei Spielbälle ab. Die dritte Chance kann er aber dann nutzen, weil Wawrinka bei der Rückhand leicht in Rücklange gerät und verzieht. Es steht 3 zu 3, 18 Uhr 38 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 2 zu 3 Spiel Wawrinka. Er schickt den Griechen in die Rückhandecke, wo dieser mit großem Einsatz noch den Ball erreicht und Cross zurückspielt. Die Kugel senkt sich jedoch in Seiten aus und Wawrinka geht mit 3 zu 2 in Führung, 18 Uhr 37 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 2 zu 2. Ein Wahnsinnsballwechsel geht an Wawrinka, weil sich Tsitsipas zu wenig bewegt. Schon bei der Vorhand steht er etwas wild im Feld und läuft dann zu zögerlich ans Netz. Die Folge ist ein verzogener Volley mit der Vorhand, Vorteil Wawrinka, 18 Uhr 36 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 2 zu 2, die er aber gekonnt am Netz abwehrt. Danach zeigt er sich mit dem Finger an den Kopf nach dem Motto, bleib bei dir. Was für eine heiße Phase, ein Stand, 18 Uhr 35 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 2 zu 2. Wawrinka will lange Ballwechsel vermeiden, aber agiert dabei teilweise überhastet. Bei einer Rückhand steht er zu eng und ermöglicht seinem Kontrahenten die Chance auf das Brick, 18 Uhr 34 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 2 zu 2, doch der Grieche schlägt nicht zu. Er setzt einen Passierball mit der Vorhand, Longline in Zeiten aus. Wieder ein Stand, 18 Uhr 34 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 2 zu 2. Plötzlich hat Tsitsipas Breakball. Wawrinka bereitet einen möglichen Punkt mit der Vorhand Crossfuh und will per Rückhand, Longline vollenden, aber die ist zu lang, 18 Uhr 33 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 2 zu 2. Es wird eng bei Aufschlag, Wawrinka. Der Schweizer hat den Spielball, kommt aber zu spät an die Vorhand und verzieht. Es geht über ein Stand, 18 Uhr 28 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 2 zu 2. Tsitsipas zieht zu 15 nach und gleicht aus zum 2 zu 2. Momentan gibt sich keiner die Blöße, jedes Break, könnte jetzt entscheidend sein, 18 Uhr 24 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 1 zu 2. Die Antwort ist nicht zum ersten Mal ein Ass durch die Mitte, was dem Schweizer den Vorteil verschafft. Er bedankt sich mit Küssen ins Publikum und auch Tsitsipas reckt den Daumen. Beide sind trotz des Spielstandes noch zu Scherzen aufgelegt. Das Spiel zum 2 zu 1 geht durch ein weiteres Ass an den Schweizer. Matchübergreifend hat er schon 15. Bei Tsitsipas sind es nur 3 und 5 Doppelfehler, Wawrinka, 2, da stimmt das Verhältnis nicht, 18 Uhr 22 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 1 zu 1. Sky Nishikori und Benoitper sollen heute Abend auch noch ihr 4-Runden-Match auf Susen Lenglen absolvieren. Mal sehen, wann es soweit ist. Fürs Erste vergibt Wawrinka 2 Spielbälle und das Veranlasst wiederum seinen Gegner zu lauten Freuden schreien. Einstand, 18 Uhr 17 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 1 zu 1. Anschließend hat Tsitsipas Glück mit einer Vorhand, die sich auch mit Windhilfe noch auf die Grundlinie senkt. Mit einem Service-Winner gleicht er zum 1 zu 1 aus, 18 Uhr 17 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 0 zu 1. Es ist beeindruckend, mit welchem Einsatz die Akteure auch nach über 4 Stunden Spielzeit weiterhin zu Werke gehen. Tsitsipas verlässt sich nun wieder mehr auf seine starke Vorhand und ist Cross gegen Wawrinkas Laufrichtung erfolgreich. 30 zu 0, 18 Uhr 15 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 0 zu 1. 2 weitere Ese später hat Wawrinka das umkämpfte erste Spiel in Satz 5 für sich entschieden. Da zeigt sich seine ganze Erfahrung. Hier zeigt sich schon ein erster Vorgeschmack, was uns noch im Verlauf des Satzes erwarten kann. Erstmal steht es 1 zu 0 für Wawrinka, 18 Uhr 13 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 0 zu 0. Erst kratzt Tsitsipas eine Vorhand, Longlane noch sehenswert aus der Ecke. Dann aber ist er gegen die souveräne Rückhand, Longlane aus dem Halbfeld macht los. Es wird unruhig auf den Rängen, zwei Breakchancen bleiben dem jungen Griechen, 18 Uhr 11 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, 0 zu 0. Das ist ein denkbar ungünstiger Start für Wawrinka. Nach einem unnötigen Fehler mit der Rückhand, die er viel zu spät erwischt, flucht er laut vor sich hin. Drei Break-Bälle sind es für den Griechen. Zudem wird der Routinier für seinen Ausbruch verwarnt, 18 Uhr 7 Satz verzieht. Wir sehen einen fünften Satz zwischen Tsitsipas und Wawrinka. Nach dem frühen 2 zu 0 mit Break roch es bereits danach, ehe Wawrinka das Re-Break zum 3 zu 2 gelang. Doch statt Ausgleich gelang dem Griechen die perfekte Antwort und das brachte er dann ins Ziel. Wawrinka ließ das Ganze am Ende auslaufen, er will wohl all seine Kraft in Satz 5 stecken. Physisch kann er total mit dem jungen Kontrahenten mithalten, aber nun wird es bei immer noch hohen Temperaturen richtig intensiv. Kein Tear-Break gespielt wird bis zum bitteren Ende, 18 Uhr 5 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 6 zu 3, auch Tsitsipas hat keine Lust auf ein langes Spiel und er spielt sich schnell drei Satzbälle. Davon nutzt er den ersten mit einem lässigen Stopp, Wawrinka lässt das laufen. Es geht in Satz 5 nach 6 zu 3 für den Griechen im vierten Satz, 18 Uhr 3 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 5 zu 3 und das macht er kurz und schmerzlos. Per As macht Wawrinka den Deckel drauf. Danach eilt er zur Bank, um den Schläger zu wechseln. Auf der Bühne ist Tsitsipas, Vater und Trainer Apostolos sichtlich aufgewühlt. Er beobachtet nun das Aufschlagspiel seiner Sohnes, das zum Satzgewinn führen könnte, 17 Uhr 59 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 5 zu 2. Der Grieche jedenfalls will in diesem fünften Satz, was auch immer dort dann passiert. Er bringt seinen Aufschlag schnell durch zum 5 zu 2. Wawrinka serviert gleich gegen den Satzausgleich 17 Uhr 58 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 4 zu 2. In einem eventuellen fünften Satz würde es übrigens keinen Tiebreak geben. Da hat jeder Grand Slam seine eigenen Regeln. In Wimbledon wird in diesem Jahr der verspätete Tiebreak ab 12 Uhr 12 eingeführt. Dort hat man noch im vergangenen Jahr Marathon-Matches wie vom späteren zweiten Kevin Anderson gegen John Eisner im Halbfinale erleben dürfen, was zu Unmut bei den Spielern geführt hatte. 17 Uhr 56 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 4 zu 2. Punkt und schlägt im zweiten Anlauf zu. Wawrinka verzieht abermals die Vorhand und statt Ausgleich steht es nun 4 zu 2 für den Griechen. Kann der nun ausbauen. 17 Uhr 54 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 2. Doch die Brickbälle kommen trotzdem, weil Wawrinka die Vorhand seitlich verlegt. Tsitsipas war seine Chance. 17 Uhr 54 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 2. Aber nun wackelt der Schweizer plötzlich wieder etwas. Der erste Aufschlag kommt nicht mehr und Tsitsipas geht voll drauf. Bei 0 Uhr 30 verzieht der Grieche jedoch die Vorhand-Cross, da war er zu hektisch. 17 Uhr 50 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 2. Letztendlich klopft sich Wawrinka auf die Brust. Der Schweizer kann sich den Vorteil erspielen und mit einem Rückhand-Winner nutzen. Nur noch 2 zu 3 für den Griechen. 17 Uhr 48 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 1 und Wawrinka wehrt gleich den nächsten Spielball ab. Er macht den Punkt per Rückhand, Lunglein, Tsitsipas kommt zu spät zur Vorhand. Ein Stand, 17 Uhr 48 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 1 aber er nutzt ihn nicht. Das Spiel droht aus seiner Sicht zu kippen. Die Vorhand war zu ungenau, Ein Stand, 17 Uhr 46 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 1. Eine Rückhand von Wawrinka ist zu lang. Der Grieche quittiert das mit lauten Freudenschreien. Danach macht er mit Glück den Punkt per Volley genau auf die Seitenlinie. Spielball, 17 Uhr 45 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 1. Nach einem unnötigen Rückhand-Schlag ins Netz entlädt sich der enstaute Frust von Tsitsipas in lauten Flüchen. Anschließend kommt er an eine Vorhand-Cross nicht mehr heran, 0 Uhr 30. Stundermann scheint sich wieder zu sammeln, 17 Uhr 44 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 1. Das macht er auch. Ganz sicher vollendet der Schweizer das Spiel mit einem Vorhand-Winner aus der Rückhand-Ecke. Tsitsipas kommt da nicht mehr heran, und so verkürzt Wawrinka auf 1 zu 3, 17 Uhr 38 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 3 zu 0. Knapp war es, aber der Punkt zum 3 zu 0 geht an Tsitsipas. Wawrinka kommt noch an die Vorhand, setzt sie aber longline ins Aus. Muss der 34-Jährige seinen Aufschlag halten, 17 Uhr 37 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 2 zu 0. Aber gegen den aufmerksamen Griechen am Netz hat er keine Chance. Der macht das Spiel schnell und erwischt den Schweizer auf dem falschen Fuß. Einstand, 17 Uhr 37 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 2 zu 0. Tsitsipas wehrt den ersten Breakball clever ab. Mit der starken Vorhand nach außen bereitet er den Punkt vor und vollendet mit der Rückhand-Cross. Eine Chance bleibt dem Schweizer, 17 Uhr 36 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 2 zu 0. Und dann kommt die Rückhand, longline des Schweizers perfekt. Der Winner beschert ihm drei wichtige Breakballe, 17 Uhr 35 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 2 zu 0. Voller Körpereinsatz bei Tsitsipas. Auf dem Weg nach vorne rutscht der Grieche aus. Er wischt den Ball nicht mehr richtig und muss sich abrollen. Das war durchaus schmerzhaft, aber nach kurzer Reinigung mit dem Handtuch geht es weiter für den 20-Jährigen, der ein 15 Uhr 30 drehen muss, 17 Uhr 3 und 30 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 2 zu 0 und der Grieche schnappt zu. Er setzt die Rückhand cross-scharf über die Netzkante und nah an die Grundlinie, dort kommt Wawrinka zu spät mit der Rückhand. Es steht 2 zu 0 für den Griechen, im zweiten Satz folgt er auf diesen Zwischenstand der Satzgewinn. Noch ist aber alles drin für einst an, 17 Uhr 31 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 1 zu 0, das Momentum klippt. Tsitsipas setzt eine Vorhand-Lunglein aus der Rückhand-Ecke auf die Linie und Wawrinka's Anfall per Vorhand-Cross geht ins Aus. Brickball Tsitsipas, 17 Uhr 30 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 1 zu 0, der Grieche ist wieder da. Er holt mit einem Vorhand-Cross den Breakball, verzieht aber dann die Rückhand. Wieder ein Stand, gefolgt von lauten Selbstanfeuerungen bei Wawrinka, 17 Uhr 29 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 1 zu 0, wird aber dann in der Rückhand-Ecke auf dem Körper erwischt und es geht über ein Stand, 17 Uhr 29 S. Tsitsipas S. Wawrinka 6 zu 7, 6 zu 8, 7 zu 5, 4 zu 6, 1 zu 0, Wawrinka lässt sich ver- Stjibeck wieaud cause zu 7, 8 zu 8, 7 zu 10, 9 Uhr 30 S. Stjibeck wiek? Stjibeck wiek? Tsitsipas S. Vielen Dank.